Was verbirgt sich hinter der schönen Kulisse von Marcote? Im neuesten Krimi Tessiner Vermächtnis von Sandra Juss ermittelt die Krimiheldin Emma Job nach einem Ermord auf einer Hochzeit. Die Schweizer Autorin nimmt uns im neuesten Video mit an den Schauplatz der fiktiven Geschichte. Der Barco Scherr im bezaubernden Tessiner Dorf Marcote. Ein charmanter Krimi gespickt mit spannenden Figuren und rätselhaften Verwicklungen. Seite an Seite unterwegs mit Schweizer Autorinnen und Autoren. Jetzt mehr entdecken bei Orel Füssli.